Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie hierher gefunden haben. Mein Name ist Barbara Hauer und ich möchte Ihnen gerne mein Buch vorstellen. Das sehen Sie jetzt hier eingeblendet. Der Titel lautet Ich ess ab heute kein Fleisch mehr, wenn aus Teenies Veggies werden, der Leitfaden einer Mutter und Ärztin. Es ist im Januar 2021 im Trias Verlag erschienen. Es handelt sich dabei um eine Mischung aus persönlichem Erfahrungsbericht, Sachbuch und Ernährungsratgeber. Wie es dazu kam, dass ich dieses Buch geschrieben habe und an wen es sich richtet, erläutere ich im ersten Kapitel und deshalb möchte ich Ihnen gerne daraus ein paar Ausschnitte vorlesen. Warum es dieses Buch gibt Mama, ab heute esse ich kein Fleisch mehr. Wirklich überrascht war ich von diesem Satz aus dem Mund meiner damals zwölfjährigen Tochter nicht, aber sagen wir es einmal so, unvorbereitet. Ihr sechs Jahre älterer Bruder, der übrigens dieses Video dreht und an der Stelle kann ich mich schon mal herzlich bedanken. Ihr sechs Jahre älterer Bruder hatte ihr bei einer Würstchenmahlzeit recht plastisch erläutert, dass dafür ein Tier sterben musste. Angeblich geschah dies in bester pädagogischer Absicht, um ihr Respekt vor dem tierischen Leben zu vermitteln. Ich vermute eher weniger selbstlose Ziele, immerhin erreichte er damit, dass er auch ihr Würstchen essen durfte. Aus der daraus entstandenen Challenge, Mensch, du schaffst doch nicht mal eine Woche ohne Fleisch, wurde letztlich eine Vegetarierin. Ein zusätzlicher Anstoß war die Schulhausaufgabe, den eigenen CO2-Fußabdruck zu berechnen und die damit verbundene Erkenntnis, dass pupsende Kühe erheblichen Anteil an der Erderwärmung haben. Nun war meine Tochter wie viele ihres Alters durchaus wählerisch und bis dato nicht gerade berühmt für ihre Vorliebe für Obst, Gemüse und Ballaststoffe. Ich sorgte mich. Würde sie alle Vitamine und Nährstoffe bekommen, die sie für ihre Hirn- und Körperentwicklung braucht? Was, wenn sie sich jetzt nur noch von Nudeln und gelatinefreien Gummibärchen ernährte? Wie sollte ich vermeiden, dass wir uns am Esstisch wegen jedes Mörchens und Salatplatz stritten? Außerdem gehöre ich einer Generation an, deren Eltern nach harten Entbehrungen in den Kriegs- und Nachkriegsjahren endlich im Überfluss schwelgen durften. Die Fleisch- und konservenlastige Küche meiner Mutter hat mich geprägt. Meine Kochkünste beschränkten sich auf etwa ein bis zwei Dutzend ganz passabel schmeckende Gerichte. Zu meinem Leidwesen ist auch mein Mann kein passionierter Kochlöffelschwinger. Ich war dennoch prinzipiell der Ansicht, dass sich unsere vierköpfige Familie soweit ganz gut und ausgewogen ernährte. Bei genauerer Betrachtung musste ich jedoch erkennen, dass da durchaus noch Luft nach oben war. Getreu meinem Hang zum Perfektionismus stürzte ich mich mit Feuereifer in das Projekt Mein Kind ist Vegetarier und machte mich auf die Suche nach einem alltagstauglichen Ratgeber für Menschen in meiner Situation. Für Fleischesser, die wenig Ahnung von vegetarischer Kost haben, aber plötzlich mit der Aufgabe konfrontiert werden, einen frisch geschlüpften Vegetarier anzuleiten und mit gesundem Essen zu füttern. Dumm nur, so einen Ratgeber gab es nicht. Ich musste feststellen, dass es gar nicht so einfach war, sich schnell und unkompliziert einen Überblick zu verschaffen und dabei auch noch Spaß zu haben. Im Gegenteil, es hat Monate der Recherche und des Ausprobierens gebraucht, bis ich das Gefühl hatte, einigermaßen sicherstellen zu können, dass mein Kind sich vegetarisch und gesund ernährt. Dass auch andere Eltern sich mehr Unterstützung und Informationen wünschen, erfuhr ich in vielen Gesprächen mit Müttern in ähnlichen Situationen, von denen ich auch in diesem Buch berichte. Sie werden in dem Buch immer wieder kleine Interviews finden, nicht nur mit den bereits erwähnten Müttern, sondern ich habe auch meine Familienmitglieder befragt und auch ein Interview mit unserer Kinderärztin ist enthalten. Zwar stapelten sich auch bei mir mehr und mehr Kochbücher, viele davon zweifelsfrei empfehlenswert. Von den angepriesenen Gerichten kamen aber immer nur wenige in Frage. Irgendwo war immer ein Haken, da eines meiner Familienmitglieder eine der Hauptzutaten nicht mochte. Stichwort Brokkoli, Zucchini und Pilze. Vielmehr wollte ich gerne erfahren, was grundsätzlich bei der Auswahl und Kombination geeigneter Lebensmittel zu beachten ist. Mein neu erworbenes Wissen wollte ich dann dazu nutzen, mir aus den zahlreichen verfügbaren Quellen passende Kochrezepte zusammenzusuchen. Ziel war es, mit überschaubarem Aufwand dauerhaft unseren alltäglichen Speiseplan mit gesunden und für alle wohlschmeckenden vegetarischen Gerichten zu bereichern. Jetzt kommt die gute Nachricht. Sie können sich den Aufwand sparen, den ich betrieben habe. Ich habe meine persönlichen Erfahrungen und Erkenntnisse für Sie zusammengefasst und damit würden Sie mit dem Buch in Händen halten, was ich damals gerne gehabt hätte. Warum habe ausgerechnet ich dieses Buch geschrieben? In erster Linie bin ich eine betroffene Mutter. Aus Neugier und Solidarität, aber auch aufgrund diverser eigener Gesundheitsprobleme, bin ich zusammen mit meiner Tochter den spannenden Weg des Fleischverzichts gegangen, esse jedoch bislang noch Fisch. Darüber hinaus bin ich aber auch Gesundheitswissenschaftlerin und Ärztin. Die Entscheidung meiner Tochter Vegetarierin zu sein, habe ich zum Anlass genommen, einen Zusatzqualifikationskurs in Ernährungsmedizin zu absolvieren. Unstrittig ist, das Potenzial einer guten Ernährung für ein gesteigertes Wohlbefinden und ein gesünderes Leben. Auch durch die Vermeidung vieler Zivilisationskrankheiten wird in unserer Gesellschaft noch viel zu wenig ausgeschöpft. Was dieses Buch leisten möchte und was nicht. Dieses Buch ist als hilfreiche und pragmatische Anleitung für Eltern vegetarisch lebender Jugendlicher gedacht. Der Schwerpunkt liegt auf der Ovo-Lacto-Vegetarischen Ernährung von Teenagern. Das heißt, es ist eine vegetarische Ernährung, wo man noch Eier und Milch und Milchprodukte zu sich nimmt. Viele der beschriebenen Prinzipien gelten aber natürlich auch für etwas jüngere Kinder und Erwachsene. Selbstverständlich richtet sich das Buch nicht nur an Eltern oder Elternteile, sondern an alle interessierten Personen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen oder müssen. Das heißt natürlich auch für andere Erwachsene, Großeltern, Onkel oder Tanten oder es ist geeignet für im schulischen Bereich Tätige, für Lehrkräfte oder für diejenigen, die für gutes Schulessen zuständig sind. Ich möchte damit aber auch medizinisches Fachpersonal unterstützen, zum Beispiel Hausärzte und Jugendärztinnen oder Kinder- und Jugendärztinnen und Ärzte oder es kann auch bei einer Ernährungsberatung hilfreich sein als Ergänzung. Und natürlich hilft es auch den Teenagern, die betroffen sind. Ihr merkt ja, das ist jetzt nicht direkt für euch geschrieben, aber es kann euch trotzdem viele Informationen liefern oder euch dabei unterstützen, eure besorgten Eltern mit Informationen zu versorgen. Und selbst langjährige Vegetarier, die sich ja manches besser wissen als ich, werden vielleicht noch die ein oder andere Anregung finden. Keep it simple war mir ein Anliegen. Ziel ist es, Ihnen eine fundierte Wissensbasis zur vegetarischen Ernährung im Jugendalter zu vermitteln und damit Ihre Sorgen zu verringern, dass Ihr Teenager sich nicht gut genug ernährt. Ich möchte Ihnen dabei helfen, Ihren Speiseplan so zu gestalten, dass er den individuellen Bedürfnissen Ihrer Familie so weit wie möglich gerecht wird. Sie werden hier Tipps für den Umgang mit allerlei anderen Herausforderungen finden, welche die Ernährungsumstellung Ihres Nachwuchses möglicherweise für Sie und Ihr unmittelbares Umfeld mit sich bringt. Darüber hinaus erhalten Sie beispielhafte Rezept- bzw. Mahlzeitenideen, die sich nach Lust und Laune abwandeln lassen. Basis der meisten Angaben sind die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Und bei den Referenzwerten für die Nährstoffe beziehe ich mich auf die DACH-Referenzwerte, das sind die, die für Deutschland, Österreich und die Schweiz gelten. Die am Ende des Buchs nach Kapitel aufgeführten Literaturquellen und Links sollen es Ihnen dann ermöglichen, bei Interesse weiterführende Informationen zu finden. So, was das Buch ansonsten noch alles an Inhalten bietet, zeigen wir Ihnen, indem wir jetzt das Inhaltsverzeichnis einblenden. Um was geht es in dem Buch nun genau? Sie sehen, dass alle relevanten Aspekte der vegetarischen Ernährung im Teenager-Alter abgehandelt werden. Sie können das Buch einfach von vorne nach hinten durchlesen oder sich einzelne Kapitel herauspicken, die Sie besonders interessieren. Das Buch ist so konzipiert, dass Sie Informationen später auch einfach nachschlagen können. Vielleicht möchten Sie noch einmal nachlesen, welche Lebensmittel besonders viel, zum Beispiel Eisen oder Calcium enthalten, wie Sie Proteine am besten kombinieren oder welche Fette und Öle besonders empfehlenswert sind. Ich beginne mit einem Einstieg, was Vegetarismus eigentlich ist, wie sich diese Bewegung entwickelt und etabliert hat. Erkläre die Begrifflichkeiten zu den unterschiedlichen Ernährungsstilen und beschreibe die Vorteile einer vegetarischen Ernährung. Sie erfahren, was die Fachinstitutionen dazu meinen und warum ich dieses Buch nicht über vegane, sondern vegetarische Ernährung geschrieben habe. Darüber hinaus gehe ich auch auf Sorgen bezüglich möglicher Risiken ein. Im nächsten Kapitel erhalten Sie konkrete Anregungen, wie Sie die Ernährungsumstellung Ihres Kindes im Familienalltag praktisch angehen und umsetzen können. Hierzu möchte ich Ihnen nochmals einen Ausschnitt vorlesen, der in dieses Kapitel einführt. Sehen Sie es als Chance für die ganze Familie. Vielleicht haben Sie selbst schon länger mit dem Gedanken gespielt, sich und auch Ihre Familie weniger fleischhaltig oder sogar vegetarisch zu ernähren. Das böse Bauchfett erobert langsam Ihre Körpermitte, der Magen motzt nach fettreichem Essen, Blutdruck und Cholesterinspiegel sind zu hoch, Ihr Energieniveau dagegen zu niedrig. Die Haare, sofern bei den Herren noch vorhanden, waren auch schon mal glänzender und die Gelenke geschmeidiger. Dann freuen Sie sich, dass Sie sich endlich mit dem Thema auseinandersetzen müssen, denn auch Ihnen wird es gut tun, weniger Fleisch und vielleicht etwas mehr Gemüse und Obst zu essen. Vielleicht geht es Ihnen aber auch ganz anders. Ein vegetarischer Teenager fehlt Ihnen in Ihrer aktuellen Situation gerade noch. Jetzt schon will jeder etwas anderes auf dem Teller. Einkaufen und Kochen sind bereits eine Herausforderung. Und als ob es mit einem pubertierenden Kind oder gar mehreren nicht schon genug Baustellen gäbe. Sicher, Sie wollen, dass Ihr Kind zu einem reflektierten und selbstbewussten Menschen heranwächst. Aber muss das auch das Essverhalten betreffen? Herzlichen Glückwunsch zum vegetarischen Kind. Wie auch immer Ihre Ausgangssituation sein mag, sehen Sie es positiv. Ihr Kind hat sich nicht dazu entschlossen, Vegetarier zu werden, um Sie zu ärgern. Glauben Sie mir, freiwillig auf die geliebten Wiener Würstchen und Schnitzel zu verzichten, nur um den Alten eins auszuwischen, das Opfer wäre dann doch zu groß. Nein, Ihr Teenager hat sich etwas dabei gedacht und Sie sollten das als grandiosen Schritt zu mehr Selbstständigkeit sehen. Möglicherweise ist das die erste weitreichende Entscheidung für die zugegeben vielleicht noch nicht so ganz realisierter echter Verzicht und Mehraufwand bewusst in Kauf genommen werden. Es lohnt sich, sich mit ehrlichem Interesse nach der Motivation zu erkundigen. Wahrscheinlich spielen Gedanken über den Tier- und Umweltschutz und eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung eine Rolle. Vielleicht aber auch Zukunftsängste, Gruppenzwang oder Unzufriedenheit mit dem Körpergewicht. Sie können die Gelegenheit nutzen, Ihrem Kind zu zeigen, dass Sie es ernst nehmen und wissen möchten, was es bewegt und beschäftigt. Vielleicht setzt sich Ihr Kind mit seinem Vorhaben ab jetzt nur noch vegetarisch zu essen auch sehr unter Druck. Hier hilft es klarzumachen, dass kein Mensch von ihm erwartet, Vegetarier zu sein und dass auch viele andere Wege zum Ziel führen. Beispielsweise, indem es erst mal weniger, dafür aber vielleicht bewusster Fleisch aus artgerechter Tierhaltung ist. So kann Ihr Kind und mit ihm die Familienküche schrittweise den Umstieg meistern. In den anschließenden Kapiteln liegt der Schwerpunkt dann auf den theoretischen Grundlagen einer gesunden vegetarischen Ernährung. Sie erhalten Informationen zu Makro- und Mikronährstoffen, zu den einzelnen Lebensmittelgruppen und wie diese optimal kombiniert werden. Dabei liegt der Fokus immer darauf, was Teenager für eine gute Körper- und Hirnentwicklung brauchen. Es ist alles kurz und übersichtlich dargestellt. So enthält das Buch Steckbriefe zu den Nähr- und Mineralstoffen, auf deren Zuflug bei Teenagern besonders geachtet werden muss, wie viel Junge und Mädchen davon im Wachstum benötigen, worin diese kritischen Nährstoffe enthalten sind und wie sich ein Mangel zeigen kann. Auch auf das Thema Nahrungsergänzungsmittel gehe ich ein. Ein weiteres Kapitel widmet sich dann den speziellen Herausforderungen, zum Beispiel was bei der Zahnpflege zu beachten ist, wie Sie damit umgehen, wenn Ihr Kind zur wählerischen Sorte gehört, wie Sie es bewerkstelligen, sowohl die Vegetarier als auch die Fleischesser in Ihrer Familie unter einen Hut zu bekommen oder wie Sie es entspannt managen, wenn die Großeltern zum Sonntagsbraten einladen und Sie möglicherweise auf Unverständnis in Ihrem Umfeld treffen oder wie Sie unproblematisch auswärts zu besonderen Anlässen oder im Urlaub zusammen essen gehen können. Sie erhalten zahlreiche Tipps für den Alltag, zum Beispiel auch, welche Helferlein Ihnen in der Küche die Zubereitung vegetarischer Gerichte erleichtern und vieles mehr. Es schließt sich ein Kapitel mit 48 Rezeptvorschlägen an, die Ihnen den Einstieg in eine gesunde und ausgewogene vegetarische Ernährung von Jugendlichen erleichtern und welche Sie nach Belieben und eigenen Vorlieben abändern können. So bekommen Sie gemeinsam mit Ihrer Tochter oder Ihrem Sohn die Umstellung gut hin und am Ende werden alle davon profitieren, auch Sie selbst und Ihre eigene Gesundheit. Der Verlag hat mich toll unterstützt und dafür gesorgt, dass das 148 Seiten starke Buch liebe und geschmackvoll illustriert und bebildert ist. Habe ich Sie neugierig gemacht? Ist es das, wonach Sie suchen? Falls ja, dann erhalten Sie das Buch in gut sortierten Buchhandlungen oder können es auch dort bestellen oder natürlich im Internet über die entsprechenden Versandportale oder Online-Buchhandlungen. Ich würde mich aber freuen, wenn Sie Ihren lokalen Buchhändler oder Ihre Buchhändlerin mit dem Kauf unterstützen. Ich freue mich auch über Bewertungen und über konstruktive Kritik und Anregungen Ihrerseits. Ansonsten bleibt mir an der Stelle nicht mehr, als mich ganz herzlich bei allen zu bedanken, die mich bei diesem Buchprojekt unterstützt haben und selbstverständlich insbesondere bei Ihnen für die Zeit und das Interesse und die Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag oder Abend und viel Erfolg und gutes Gelingen bei der Ernährungsumstellung Ihres vegetarischen Teenagers. Tschüss!